Ich erzähle jetzt mal was zu Stonehenge und zu Nebra und es gibt eine schöne App über den Lauf der Sonne in Earth Space Lab von Hench Hennig. Den Link mache ich unten in den Kommentaren und dann sieht man, wie die Sonne hier so läuft. Wenn man es von außen betrachtet, wird es ja logisch. Also wir sehen jetzt hier, das ist jetzt Dezember und wenn wir da im Norden stehen, erscheint die Sonne eher sehr flach am Himmel und im Sommer ist es dann anders. Auch wenn wir im Norden stehen, erscheint die Sonne höher und jetzt so aus Sicht eines Kelten in Stonehenge macht im Dezember die Sonne eher diesen Weg und am längsten Tag macht die Sonne dann diesen Weg. Also die geht nicht genau im Osten auf, Westen unter, sondern die geht hier eher so im Nordosten auf, im Nordwesten unter. Und jetzt mal diese vier extremen Punkte. Genau, ich habe hier also am 21. Juli, das ist der längste Tag, dann kommt der Herbst, ungefähr 21. September. Da bei der Tag- und Nachtgleiche geht es ja mal wirklich im Osten auf, im Westen unter. Dann etwa Weihnachten, der kürzeste Tag und dann kommt wieder Frühjahr, ungefähr 21. März, wieder Tag- und Nachtgleiche, wieder Osten auf, Westen unter. Und da kann ich mir natürlich eine schöne Markierung bauen, also Markierung, wo ich mich hinstelle, Holzpflöcke in die Erde hauen und dann weiß ich, wo muss die Sonne auf und unter gehen, am kürzesten Tag, zur Tag- und Nachtgleiche und am längsten Tag. Und wenn man diese Holzpflöcke durch Steine ersetzt, bekommt man schon so eine Art Stonehenge. Wichtig ist, die haben nicht nur die Sonne, sondern auch den Mond betrachtet, da steckt mehr drin als nur der Sonnenlauf, aber der Sonnenlauf war wahrscheinlich wirklich sehr, sehr wichtig. Und jetzt zu Nebra, die hat hier solche Markierungen, so goldene Bögen. Der eine goldene Bogen ist noch da, der andere fehlt, wir wissen aber, wo er war. Und diese goldenen Bögen, das ist genau hier die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangsbogen. Wir sind da so sicher, weil das wäre jetzt in Finnland anders. In Finnland an Weihnachten, im Dezember, da haben die nur drei Stunden Sonne, da geht die Sonne hier auf und unter. Also da müsste der goldene Bogen viel weiter sein, wenn man da so eine Scheibe hätte. Und am Äquator müsste der goldene Bogen viel enger sein. Und diese Bögen, die wir hier haben, die passen eben genau zum Breitengrad, zum Fundort. Und deswegen kein Zufall. Deswegen geht es hier wirklich um den Lauf der Sonne. Was noch interessant ist, ist an einer anderen Stelle hat man so einen Sonnenwagen gefunden. Also vermutlich, möglicherweise, man weiß es nicht, ist das so die Idee, die sie damals hatten. Also die Sonne wird über den Himmel gezogen und muss dann irgendwie durch die Unterwelt wieder zurückgebracht werden. Und so war möglicherweise die mythische Vorstellung des Ganzen.